moin zum kinders und hallo zur nächsten folge von dark souls 3 ja in der letzten folge haben wir den kleinen ritter da hinten irgendwo draußen besiegt war natürlich ganz leicht nach dem dritten versuch hatte ich ihn denn dann bin ich hier in den schrein reingegangen habe mit der frau hier geredet und mich ein bisschen verbessert ich habe meine seelen verbraucht nicht alle tausend habe ich noch aber 3000 habe ich verbraucht davon habe ich einen punkt in vitalität eine in kondition und einen stärke reingehauen und wir haben oder ich habe noch mit dem typen da oben geschnackt da kann ich gerne noch mal hingehen und gucken ob er noch mal das gleiche sagt oder ich fall hier einfach runter das geht natürlich auch gut warum wird er noch mal hoch und ich weiß immer noch nicht wie man sprintet oder ist das das sprint aber ich rede hier noch mal mit dem ist das denn noch okay okay für die Linken des Feuer. Die schnellste Flamme muss erlickt werden, um diese Welt zu schützen. Eine Reenaktion des ersten Linken des Feuer. Ich kann aber klein sein, aber ich werde ein Kolossus sterben. Jetzt, jetzt. Throne, Tröne. Wie sind die Mehrzahl von Thronen? Ein Thron? Zwei Thron? Keine Ahnung. Ist ja egal. Na ja, gucken wir mal weiter. Da hinten ist noch der Schmied und hier vorne so eine Zaubertante. Aber da habe ich nichts gemacht. Da habe ich nur geguckt, was die so anbieten. Aber nicht viel. Dann raste ich hier doch mal. Wo kann ich irgendwo hin? Reiß mal zum nächsten. Weiter. Sü, da sind wir. Guten Tag. Hohe Mauer von Lothric. Lothric. Aber Lothric war doch... Oder da war doch der eine Fürstherr, mit dem wir gesprochen hatten, der ohne Beine. Oh, da ist wieder ein Bonfire. Abonniert Fenne. Abonniert Fenne. Ja, bisschen weg, ich habe nichts gebroken lassen. Abonniert Fenne. Also wie Survivorung hier sie kostet, das ist gegen deine Brasicksprecherin. Nicht schreien. Weg. Junge, ist ja gut. Oh. Ich glaube, den hätte ich nicht töten sollen. Ah. Hi. Und weg. Und weg ist er. Dick, 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 dick. Okay, hier kommt vielleicht gleich einer. Komm her, du! Ja, da stehen sie. Gauta. Ah. Schlag zu. Okay, jetzt bin ich zwar fast tot, aber... Trinke ich mal lieber schnell was. Was war das denn? Ja. Okay. Hopp, selber. Zack, zack. Oh, oh. So, nächsten Battle. Okay. Ja. Willst du mich nicht angreifen? Oh, oh. Zack, zack. Und wieder was trinken. So, was gibt's hier oben? Oh. Oh, oh. Oh. Warte, wo bist du? Da. Da. Ich glaube, du bist ein bisschen stärker. Oh. Super. Oh, Mann. Warum kommt da denn auf einmal so ein Ritter raus? Und... Zack, zack. Oh, zack, zack. Oh, oh. Oh, 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 oh. Alter, jetzt drehe ich mich um. Zack, zack. Erst kommst du dran. So, jetzt kann ich dich ganz in Ruhe machen. Zack, zack. So, endlich. Nochmal schnell heilen. Jetzt mach ich erst den da in der Ecke, bevor ich mir von dem... Warte, schnell mal gesehen mitnehme. So. Hepp. Nein. Oh, der sieht mich gar nicht. Das ist ja praktisch. Das ist ja richtig praktisch. Jetzt kann ich doch rein. Ich hoffe, wir verfolgen mich jetzt nicht. Pff, super. Eine Brandbombe. Ein Speicherbomb. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Und bis morgen. Also ich denke, morgen kommt erstmal wieder eine Runde hier, und Sonntag dann wieder Dark Souls. Bis dann. Tschüss.